Musik Hallöchen! Hallo, Schätzchen. Was kann ich für dich tun? Ich schau mal wieder ab. Bis später, Schätzchen. Was geht? Nicht viel. Ich schau mal ab. Bis später. Mach's gut. Ah, Tankstellenkaffee. Hm. Hm. Rundas Autoschlüssel. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Stimmt. Die hatten wir ja schon, um an die Cupcakes zu kommen. Hm. 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 Ich krieg das mysteriöse Signal hier nicht rein. Darum geht's mir doch schon lange nicht mehr um das Signal. Stimmt, die Vogelscheiche, die haben wir ja auch noch nicht gebraucht. Wenn wir die Pistenhälke vielleicht erstmal irgendwie kleinhexen. Das muss ich nicht würzen. Das muss ich nicht würzen. Auch nicht. Hm. Hm. Das muss ich nicht würzen. Das Schild von Ronda Steiner. Die Mücken stehen drauf. Neonlichter in der Nacht haben was Betören. Und das. In Yeltaun hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Hatte die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. In Yeltaun hat die Tankstelle die ganze Nacht geöffnet. Ja, wo hätten die den jetzt hingebracht? Hallo Colonel. Hör auf mich so zu nennen. Bis später. Wiedersehen. Die Tür ist verschlossen. Wenn du deinen Balken vermisst, kann ich dich jederzeit wieder fesseln. Ähm. Nein, danke. Lieber nicht. Das Neueste vom Neuesten, was? Ach, diese modernen Dinger sind nichts für mich. Ich mache all meine Berichte handschriftlich. Da sind ein paar wirklich schöne Bilder auf diesen Postern und Wimpeln. So gefällt mir Natur. Trocken, sicher und zweidimensional. Hm, 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 hm. Amen. Amen. Hm, okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Ich habe hier gehofft, dass irgendein Hebel dafür verantwortlich ist, dass hier irgendwelche, und wenn es hier nur die Powerlampe von der Kaffeemaschine ist, darauf habe ich am meisten gehofft, dass die bei irgendeinem Schalter mal ausgeht. Was weiß ich, dass hier hinten der Strom weg ist. Und er das am Anfang gar nicht so wirklich merken, dass wir dann irgendwas anders noch machen müssen oder mal kurz rausgehen müssen und wieder rein oder so. Dass der sich dann über den kalten Kaffee aufregt. Aber das ist leider nicht so. Hm, okay. Wir können ja mal alle Stellung ausprobieren. Jetzt haben wir alle oben. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Na gut. Hm, okay. Ich frag mich, was passiert, wenn ich den hier umstelle. Es passiert eigentlich gar nichts mit den Hebeln. Ich versteh die nicht. Die machen ja eigentlich gar keinen Sinn. Na gut. Müsste eigentlich alle Kombinationen durch haben. Naja, in die Kabel kommen wir auch gar nicht so wirklich ran. Wir haben hier beim Terminal was. Was haben wir denn für Punkte? Wir haben das Terminal. Wir haben die drei Hebel. Wir haben die Tür. Wir haben der Gerät, wo er abdreht. Und wir haben die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine wird nicht ohne Grund dort stehen. No. Ich weiß noch nicht, wie wir da irgendwas manipulieren können. Die wird nicht grundlos da sein. Hm, das ist nicht richtig. Gibt es keinen weißen Punkt drüber. Nein, kann ich nicht. Das muss ich nicht würzen. Mhm. Das wäre halt geil, wenn das ginge. Sich mit dem Charakter zur Kaffeemaschine begeben. Und dann einfach nur noch eben nach einem anderen reinschlafen. Bis er alle ist. Dann muss er ja seinen Ausschritt wegbewegen. Geh da weg. Ob das was zu bedeuten haben soll, dass wir jedes Mal. Wir hören ja jedes Mal, wenn der uns zusammenscheißt, wie der einen Kaffee schlürft. Ja, dann hat er keins mehr. Und dann müsste er sich neuen machen. Es ist jedes Mal, dieses Stoffen zu hören. Geh da weg. Was glaubst du, machst du da? In dieses Gerät neben der Tür was reinstecken. Ich weiß nicht, ob das so intelligent wäre, da mit einem Messer oder so drinnen rumzuverwerken. Das will ich nicht schneiden. Ja, aber ich denke mal, also das ist jetzt so meine Vermutung. Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Zumindest versuche ich das zu hinterfragen. Ob das einen Sinn macht. Oder ob das... Also es kann ja kein Zufall sein. Aber ist das einfach nur gewollt, weil es... Weil es halt cool ist. Oder halt so ein bisschen... Bisschen Immersion verschafft. Oder ob das wirklich einen Sinn hat. Dass du den wirklich... Also ich denke mir dann immer so... Schrauben vielleicht hatte ich... Ich schraube schon... Äh... Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Dass der mit jedem mal aufregen. Nimmt er einen Schluck vom Kaffee. Und irgendwann müsste die Tasse leer sein. Das ist mein Gedankenansatz dahinter. Los. In den Kaffee könnte ich auch nichts reinmachen. Zumindest nichts von unseren Kräutern. Und alles andere wäre ja sinnlos. Das würde ja auffallen. Ich dachte ja, ich kann mit den Kräutern irgendwas triggern. Bei dem, dass der pissen muss oder so. Hallo. Hey, Hohlkopf! Vielleicht müsste ich ihn jetzt ansprechen oder so. Hallo. Habe ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Vielleicht solltest du Nelson bitten, wieder an die Arbeit zu gehen. Den Oberarsch vom Dienst? Niemals! Du willst mir einen Gefallen tun. Sag Nelson, er soll sich ertränken! Wow! Nelson hat nicht übertrieben, als er sagte, du wärst ein fieser Typ. Du hättest auch keine Zeit für Nettigkeiten, wenn du mit dem ganzen Druck hier zurecht kommen müsstest. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Warum gehst du nicht durch die Tür und reparierst das Verteilersystem selber? Warum gehst du nicht irgendjemand anderem auf die Nüsse? Ich bin beschäftigt! Ich hau mal lieber ab. Gute Idee! Ich habe jetzt noch eine Idee. Okay, jetzt hat er seinen Kaffee wieder weitergeschlappt. Also da war er jetzt nichts. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt fünf, sechs Mal provoziert, dass der sich einen Schluck Kaffee nimmt. Das müsste er dann auch gefunst haben. Also hätte er jetzt so was ausgelöst, dass der da... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020